Und damit hallo meine Pokofreundinnen und Pokonenden und willkommen zu einer neuen Folge Mewt & Maze Deluxe. Heute machen wir weiter mit einem ganz speziellen Thema und zwar rede ich über die Tennis-Neueste Konsole, die Tennis-Switch. Und da bin ich total aufgeregt, weil die neue Konsole einfach Hammer ist. Oh, aber sie hat natürlich auch ein paar Schwächen. Ich will jetzt mal meine positiven Einstellungen und meine Tode, nein, meine negativen Einstellungen zu der Tennis-Switch, weil äußern, also ich sag mal, was ich von der Tennis-Witz schalte. Also im Allgemeinen, ich werde mich sehr viel verholen, ja, sie ist eine gute Konsole. Und dann würde ich mal sagen, ich fange erstmal mit der Konsole selbst an und dann mit den Spielen, boah, war das knapp. Und, ja, boah, ach, das Level, das ist so ein kleines Level, das heißt, man kann jeden Weg gehen, den man will. Und man kann sogar den Leggy-Weg gehen, den ich gerade gehe. Ja, Leggy. Ja, jetzt geht's, ne? Ja, 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 ja. Wie nett. Hä? Hä? Da hab ich gar nicht berührt. Okay, ähm, Spiel, wir können auch darüber reden, ne? Musst du mir nur Bescheid sagen. Alles klar, auf jeden Fall. Von außen sieht die Nintendo Switch, selber ist sie schon sehr klein. Also es ist einfach dieses Tablet. Es ist einfach... ...klein. Die Knöpfe, die sind richtig klein. Also es ist bedingungsbewusst, man kann damit gut spielen, klar, aber dieses... Ja, komm. Aber das ist halt, ne? Es hat bedingungsbewusst. Muss man halt noch mit zurechtkommen, ist halt noch... Ist halt das Neue. Und ich war einfach nur zum Checkpoint. Das ist leider nicht lang, das ist nur... ...und 10.000 Stachel. Also wie ich sagte... Oh, ich hab' ich's. Nein, ich hab' ich's nicht. Danke, Planform. Naja, ich seh schon, woraufkommen. Oh, na, okay, ein Treffer ist besser als zwei. Auf jeden Fall, ähm, die Konsole an sich... Oh, ich hab' ich's nicht. Oh, was ist denn jetzt heute los? Da oben ist der Checkpoint. Ich schaff's nicht dahin. Das Leben ist eigentlich voll kurz. Und ich schaff's nicht. Daher erkennen wir, was für loopig bin. Und ich weiß nicht, wie man dadurch kann. Ohne Treffer. Na, keine Ahnung. Ich kann dir mal in den Kommentaren schreiben. Wenn das ist. Auf jeden Fall. Äh, find' ich's richtig peinlich. mit dem, äh, mit den Spielen. Die kommen da in so einen mini kleinen Schlitz rein. Also, dieser Schlitz ist noch kleiner als der Schlitz. Auf dem... Hallo, aber sitzlos. Ist noch kleiner als auf dem 3D ist, ja. Und die meisten Leute wissen, wie klein der Schlitz auf dem 3D ist, ja. Es ist kleiner als das. Das muss man sich immer vorstellen. Heftig auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt, wie die Spiel aussehen werden. Weil es ist die genau die gleiche Packungskurse wie auf der, ähm, Wii U. Von daher bin ich hier auch gespannt. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Da. Bin jetzt wieder runter. Zack. Runter. Genau. Genau. Genau so eine Taktik muss man machen, oder? Hab ich alles? Ja, ich hab alles. Gut. Checky. Hallo, Checky. Das ist mein neuer Freund. Darum ist irgendwo schon das Ziel. Haar klar, hieß es Ziel da oben. Hier ist, ja. Da ist es eine schwierige Passage. Man muss, oh ja. Ich weiß noch was zu tun. Also, ich rede weiter. Die, ich sag mal, Nan-Shack. Ich weiß nicht, wie die heißen Original, aber ich nenne sie jetzt aber noch mal Nan-Shacks. Die sind, äh, richtig cool. Also, die Falle ist wirklich sehr besser als auf der Wii. Muss man schon sagen, wenn die auf der Wii waren, und wie, nix ist nix gegen das. Ja. Ehrlich. Ähm, die, die Aufleidestation, also dieses Teil, wo man das drauf tut und dann jetzt auflädt. Okay, das heißt Docking Station, ne? Ja, ja, Docking Station. Die ist relativ in Ordnung, also ich hab da jetzt nix gegen. Von daher. Toll. Äh. Muss mich ganz konzentrieren. Was passiert das? Hä, wie komm ich denn durch? Ähm. Nicht runtergefallen. Auf jeden Fall, äh. Die, die, die. Allgemein ist die Nintendo Switch eigentlich relativ in Ordnung. Ist eigentlich eine coole Konsole. Wird auf jeden Fall Spaß machen. Das schlechteste, neben, äh, dass die, dass die Knöpfe so klein sind, ist, dann bin ich nicht der einzige. Es hat nur, jetzt passt auf, es hat nur 32 Gigabyte. Jetzt kommt der Schock. Was? Da ist ja voll schlecht. Ich weiß. Ich frag mich nicht, was die, ich will nicht fragen, was Nintendo da falsch gemacht hat. Das ist aber schon erbärmlich. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel die Wii U hat, aber die kann nicht weniger haben, oder? Ja, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht. So. Ja, aber, jetzt war ich zu verwirrt, war ich zu ängstlich. Neu alles neu machen, nur die 100 Prozent. Darum ist doch zu ziehen. Ich hab voll geplant in diesem Part. 3, 4 Level zu schaffen. Nicht nur das eine hier, ja. Das dauert sich schon so lange. Also allgemein ist eine coole Konsole. Die kostet jetzt so in anderen Ländern so 300 Euro. Das heißt Euro, halt Dollar und so. In Deutschland gibt's noch keinen festen Preis, aber wenn das in anderen Ländern so 300 Dollar kosten wird, dann kann man sich ja ungefähr denken, wie, 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 wie teuer es wird. Also, ja. Fast so teuer wie die Wii U. Nein, 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 nein. Oh Gott, Leute, jetzt bin ich Fall in diesen kurzen kleinen Mini Level. Es auch rüber zu den Games die angekündigt wurden. auf jeden Fall muss erst mal sagen das Bomberman wieder zurückkommt mit von Superbomber mit A oder heißt das so und mit A Superbomberman auf jeden Fall das ist ein ganz normales Bomberman in 3D-Version mit hoffentlich guter Story nicht so in einem Bomberman im Moment die erste Schilden das war nix den Fall um kommt dann wer auf dem Weihersel der Sender wird auf dem Weih das ist der Weg ist ehrlich gesagt nicht mehr so drauf behalten weil es wurde schon so lange vorher angekündigt das kommt erst jetzt zum Launch also kommt direkt raus wenn die WIU rauskommt also das ist nicht schon um wenigstens nur das ist wenigstens der Mitte mit dem Launch rauskommt es kommt für die WIU nämlich auch noch raus das wird dann das letzte WIU Spiel wahrscheinlich und ich will jetzt nicht mal das Schleppen schaffen man das regt mich jetzt voll auf dann ein großer Schock Super Mario Odyssey ist ein richtig cooles Spiel also man spielt Mario in der echten Welt und reist so in den Dschungel oder es ist Paradies und alles es ist fertig wenn ich gesehen habe die Hallo was hat die das hat die verpasst also die Schwerer sind wirklich alle zu empfehlen ich werde sie nicht verblicken weil ich das nicht tun werde ja sind und ich hoffe es ist er jetzt geschafft habe oh Gott oh Gott Gott wenn ich sterbe dann war nicht dann war nicht aber ich zum Glück habe ich geschafft nächstes Level ich halte den achten nicht die ist naja jetzt bin ich gut und jetzt wollen die entwicklung bis das merkt man da und und auf jeden Fall es ist ein wirklich gutes Mal das Spiel das Blöde daran ist es kommt erst Weihnachten 2017 wir haben gerade Anfang 2017 dann muss ich das vorstellen Anfang eines Jahres angekündigt und es kommt Ende eines Jahres raus zu besitzen mein Spiel geht nicht mehr es ist Leggy Leggy ja anscheinend muss ich jede Folge in Kapp machen bis gleich so irgendwie geht es jetzt wieder also manchmal äh Spack mal äh Traps irgendwie rum ja ich nehme mit Traps auf momentan bald mit OBS aber das ist ein anderes Thema also egal das ist ein anderes Thema darüber will ich jetzt nicht reden und aber ich hab mich äh Mario das war mal alles sehr wichtig sich weiter angehen denn es geht jetzt äh arms und das ist wirklich neu und es ist cool es ist was neues und zwar geht das nur mit den Nanschak sag ich mal Prozent da hat man halt so Riesenarme hat den Körper wie aus dem Roboter können und man boxt sich so wie in wie Sports oder wie das heißt so eine Boxe genau so ein Spiel spezifisch ist das das ist eigentlich dann gab es nur noch wie ein zweifel stadt aber das ist richtig cool ist zwar es kostet nicht viel ich dachte es kostet gar nichts aber leider kostet finde ich schon blöd sehr blöd äh da das kann ich jetzt gar nicht erklären wie erkläre ich das und wie passt ich auf das Level auf obwohl es fast zu Ende ist irgendwie sind die Level kurz ne ich bin natürlich ich will mich dann fühle ich nicht beklagen ne aber aber es fällt mir halt schon auf und geschafft wir sollen die Lava wollen nein dass ich da nicht die 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 gut nächste Folge werden wir dann den Rest schaffen ich bin hier noch das Level schaffen und wir sind und er muss nur auch hier schon wieder hören nachdem und das ist halt so du musst genau in der richtigen Zeit Prozent einen Knopf drücken sonst hat er nicht Gegenspieler gewonnen das ist so ein Reaktionsspiel das ist cool was gab es noch da gab es Sonic Mania das ist also eine Mischung aus den alten Sonics mit äh cool neuen Animationen das ist halt so ein altes Sonic Spiel also das ist halt ein neues Sonic Spiel was aber im alten Style geil ist also so 2D halt ist eigentlich cool da gab es irgendwie noch so ein Schneide-Spiel da muss man sein Partner wie schneiden und Räte zu lösen war und wie strange habe ich nicht ganz verstanden aber soll witzig sein und dann ja ach ja Splatoon 2 wo das eigentlich nur ein Splatoon Plus ist oder wie auch immer das nennen wir es ist nichts anderes als ein Update für Splatoon also es gibt halt viele Neuerungen wahrscheinlich haben die es deshalb so genannt und was ist jetzt los auch was ist jetzt ja er kommt kommt kann sie von den ja er kommt kommt kann sie von den wobei ich bin schon zwei Jahre kann man jetzt auf beiden Händen halten ist er klar die Neu-Kontrolle muss man ja die Neu-Kontrolle muss man ja neue Sachen nur bringen aber bitte nicht länger und auf jeden Fall ist es auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein cooles feature man kann jetzt auch um so wie es normal ist man schon hochfliegen und ganz viel Neues schaut einfach den Trailer an ja ähm das gab es noch Mike ist sich treffen wenn man das kann nicht Super Mario ne Mario Kart 8 Deluxe es ist wirklich nur ein Deluxe also so wie mein Spiel Deluxe und er hätte es aber auch wirklich äh Plus nennen sollen oder irgendwie so was ich weiß nicht was ich heute über einen Plus hat ey keine Ahnung was Hörmann nicht nur ein Herd ja sonst noch nicht gehen ich kann mich gar nicht erinnern aber ich glaube es wurde dann es ist mal ist größere Wünsche gesagt es gab natürlich auch und neugierig wäre es und wenn wohl gab es auch was um es gab es noch so wir sind ganz viel gesehen sie waren ja auf den Treffen ich auch so wie die Mütze gesündet weil ich ja und ja mehr wird gleich alles nicht das eigentlich nicht zu sagen das soll allgemein die Tennis wird schießt eigentlich ein Konsole hat seine Mann aber die werden behoben hoffentlich und in drei es wird so lang sicher abgeschafft weil man merkt schon es kommen kaum Spiele klar jetzt nächsten Monat kommt wieder ein neues Spiel ja schießt nur die Hürden Prozent von zweitens in drei DS genau wie Mario Maker für die drei Idee ist er nicht mehr drin hier hat die Kiel Klaus Blatt dort in der Karte und das war es ist Ziel 8 ist genau um weiter ja ja du mich auch du mich auch alles ist hier gut machen wir noch ein viertes Level haben wir jede Folge vier Lärmö und das sind jetzt können ach du bist hier noch das Original davon das ist eigentlich nicht nicht viel schwieriger ist einfach ja es ist halt nicht sehr viel schwieriger finde ich es ist schon kurz gehalten man kommt man schnell zum Ziel natürlich ist alles schwer hier und kurz ich habe jetzt herausgefunden dass die Welt Geisterwelt heißt oder Ghost World ich dachte immer es heißt die Lux Welt oder keine Spiegelwelt oder keine Ahnung das habe ich immer gedacht aber es heißt wirklich Geisterwelt gut das auch zu wissen habe ich einfach mal letztens mal nachgeschaut jetzt wisst ihr Bescheid jetzt weiß ich auch Bescheid alle sind zufrieden hoffentlich und die Nintendo Switch wird dann am dritten dritten 2017 also im dritten März ja wir brauchen schon aaaah aber an der Stelle ja gut ist gut dass sie die Schöpfung müssen die Dauer die Dauer die Dauer und zehnmal schießen nur zehnmal Leute abschießen auf jeden Fall werde ich mir sie holen mal schauen ob ich auch eine Aufnahme machen werde also ich werde sie nicht am Anfang genau dann wenn sie rauskommt holen ich werde sie halt ein bisschen später und ich werde erstmal informieren wie das so mit den Aufnahmen läuft weil ich weiß bis jetzt nicht wie man mit dem Video wie das da funktioniert und dann wird es schon schwer für mich herauszufinden wie es mit der Switch funktioniert ich werde mir erst holen wenn ich weiß wie man damit richtig aufnimmt und ja der war voll kurz ich hatte das so schwer in Erinnerung Leute das erste Mal dass wir eine Folge fünf Level schaffen das ist ja doch kürzer als ich glaube ich hab gesagt es wird jetzt so zwölf Folgen dauerndes Projekt Plus halt noch die Bonus Level in den Extra Video oder zwei Kanäle weiß nicht wie lang die werden und das hat schon so ne Prozent Schütz und Folgen habe ich gedacht und ein Tod habe ich gedacht die Todeserwahrer ja gut das ist natürlich ein Stand muss ich endlich nicht mehr so viel Kraft machen das Spiel die 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 das ist schon ein neumodisches Prozent wir sagen Lost Level ein neumodisches was mir geht hier wurde kurz genommen sind konzentrieren das ist schon ein Stück von Provenz und nicht gut wenn ihr noch der neue noch mal noch verlaufen in welcher wahrscheinlich wir können wie gesagt wir auch Themen in den Kommentaren schreiben zum Beispiel sag mal was ist von jedem Spiel ist das auch schon mal bei dir passiert keine Ahnung dort sind so schnell fertig wie wo und hier das habe ich jetzt nicht gemerkt Dankespiel und ich habe gehört es sollen ganz viele die Bekannte Spiele nicht mal ich will nicht so viel spoilern er wird zurückkommen auf die um auf Konsolen das ist so gut Premiere auf Konsolen feiern die sich das Ziel war es gibt ab wir sind alle ab und gehen okay wir machen noch ein sechstes Level Leute wie können ich glaube wenn sie schaffen ich kann sie kurz mal probieren das ist einfach ach das habe ich oh okay das habe ich erst vor kurzem gespielt wir müssen das Spiel zwischendurch also hin und wieder mal auf mein Adler und so langsam habe ich mal das Gefühl dass ich ähm meinen Dings mein zweites mein erster Account also das ist diesen Account ich glaube habe ich das Gefühl dass wir auf den Let's Play Account sag ich mal es vor durchspielen als auch mein Privat weil ich hab noch nie durchgespielt ich weiß nicht wie das Ende aussieht was alles passiert also Leute sollen solche alles blind machen oder sagen ja das ist jetzt das hier und da machen wir damit mit das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben ob ihr es wollt oder nicht mich fährt gerade auf ich habe ja noch mal eine Dingsschieße ne muss man benutzen ah ja das war klar das war klar oh jo 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 alles klar ok oh was ich hab mich nicht ich hab mich nicht oh ich hab mich so gekriegt hab ich nicht gedacht wenn ihr mir von Nintendo Switch hören wollt dann schreibt es mir die Kommentare dann so ich vielleicht noch irgendwas raus was ich noch von der weiß es war mir klar da ist das Ziel nachdem aber noch einmal ein zweiter Mann passen und dann muss er das Ziel hä was no ok komm wir werden die Folge noch das sechste Level schaffen bin stolz auf mich ehrlich in so einem Spiel so ein Video wo ich eigentlich über eine neue Konsole rede wirklich cool also ich weiß ich überlegt was ich noch sagen könnte über die Tennis Switch weil das Video ist ja eigentlich nur für dich äh denn es wird gedacht jetzt wenn man das in der Zukunft nachschaut äh das Video denn man sieht Alter die Tennis Switch hä es gibt es nicht eine neue Konsole Mann das ist voll das alte Video ah ich werde nur diese Folge über die Tennis Switch reden also keine Angst zukünftige Zuschauer aber das kommt nicht mal vor tut mir leid ich wollte es auch nicht in dem Dings Video machen in dem eigenen Video weil ich einfach keinen Bock hatte und ich wollte halt schon beim Spiel weiterspielen oder mindestens ein Gameplay okay ich 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 es 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 ach äh mir geht es nicht gut denn ich habe Halsschmerzen vielleicht hat man es schon gemerkt oder merkt es gerade keine Ahnung ähm das lag doch daran wieso ähm letztens keine Videos lagen und kamen weil es einfach nicht gut ging mir geht es nur noch nicht gut aber ich mache es hat zu mir ist weil ich einfach hau vor allem ich war vorhin vom PC haben so ein paar YouTube Videos geschaffen aber nachdem er hat dann war mir so langweilig wollte ich halt so ein bisschen werden bisschen schön wie Dillen kennt man ja kann man ja alles ja nicht und Prozent irgendwann äh es mir so gefallen Alter weil ich hab jetzt voll Bock über die Tennis nicht zu reden dann hab ich mir so hey wieso spiel ich nicht eigentlich mit dem Hintergrund und das ist das Ergebnis die Folge wird zu lang habe ich gern gemacht oh Gott ich muss es jetzt schnell machen das Level sonst werde ich cutten weil ich wollte nicht fällt sind eigentlich drin lassen weil die Level jetzt eh nur noch kurz sind zumindest in der Norm in der Geisterwärter sind die Level kurz aber schwer deshalb äh ja daher kommt der Spinner hier komm her okay das ist jetzt schwer nicht gern nicht der abwarten wir haben zeit wir haben alles das ist ziel und wir haben es geschafft das war's mit der folge ich hoffe es hat euch gefallen nächsten folge werden wir in der echten wir zurückkehren so wie jetzt gerade und werden hier vorne die ersten beiden levels schaffen und wenn wir dann noch zeit haben weil wir an der anderen Welt und zwei Level hier machen das ist vielleicht ein bisschen kompliziert aber ich werde in der nächsten folge erzählen genau wie es ist die folge ist zu lang deshalb haut rein Leute ja schon bei anderen Videos vorbei gibt ein like button wenn euch das Video gefallen hat haut rein und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal